Kuss Art. Kuss Art. Ein Sniper, der dich hier enthält tut. Fuck. Ach, da ist der Fette. Prätsviel. Nein, Sabbel. Nein, ich bin nicht sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und von mir aus auch dahin Dann sind die Kills halt im Arsch Wie gesagt, ich kann da auch hin Ja, jetzt ist er eh Die Lurie ist noch mehr als genug Der Panzer kommt ja auch noch Hier kommt ja überhaupt keiner hin Vielleicht brauchst du jetzt auch gar nichts mehr machen hier Das wäre natürlich auch nicht schlecht Mal gucken Denke ich werde dann hier Vor einfach hin und her laufen oder so Achso Einmal schlechter Scharfschützen-Nest hier Achso, was Diesmal kommt kein Panzer oder was Oder kommt vielleicht gerade kein Panzer Weil wir ihn beschützt haben Kann auch gut sein Das haben wir wie über die hellen Tat bekommen Sich angerufen, dass wir aus dem tiefsten Afrika kommen Und ich kann auch nicht an ihm vorbei Um mir dieses Scheiß-Ding zu holen Das wäre jetzt die Krönung gewesen Jetzt komme ich nicht wieder raus Ich verstehe Ich kann gar nicht an dem hängen bleiben Aber ich kann durch ihn durchlaufen Ich kann mich sogar in ihn reinstellen Kann sich ja nur um Stunden handeln Reingekommen bin ich ja jetzt auch Hier wird es ein Collectable geben Hier kann es ja gleich mitkommen Bestimmt interessant Gerade nur durch Zufall gesehen Also wenn hier nichts ist, weiß ich auch nicht Oh Oh, die sieht gut Wieder Puppen Und eine riesige im Bett Wow Tja Oder auch nicht Na gut Fließend was für das Auge Ja Ich meine gibt es ja noch mehr Gebäude Stimmt Irgendwo könnte Auf jeden Fall muss ich die geilen Kills von eben Nochmal irgendwie auf Kamera kriegen Achso, das ist schon ja safe Ja Ich gehe jetzt in Enzos Fleischerei Was war denn das hier eben gerade? Enzo steht scheinbar auf Knoblauch Don't look behind you Und was ist passiert? Ich habe außer dem Lachen nichts gehört Ach, da Vor mir, hinter mir Haha, das war ja ein toller Schreck Ich habe ein Landmine Vor allem das Dim, 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 dim Ich habe ein Landmine Hier noch von Heuske Kaffee Mario Gibt es im Kaffee Mario denn vielleicht noch ein Dokument Was für ihn überhaupt noch? Ein Upgrade-Kit und eine Heldentat Eine Hand und ein Upgrade-Kit Da habe ich mich verguckt Bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt Was das Upgrade-Kit anbelangt Kann ja auch nur in irgendeiner Ecke liegen Weil das Was schwer zu kriegen Was eigentlich am schwereren zu kriegen ist Haben wir ja War ja halt das vom Typ logischerweise Hier warst du schon Das kann doch nicht so Ich meine vielleicht haben wir es früher verpasst Ja, das kann auch sein Aber War das jetzt ziemlich weitläufig Aber Waren wir hier schon mal ein Trepp hoch? Oh, tausend Häuser Hier haben wir eine Terrasse Ja, nehme ich mir auf Nein Irgendwer summt hier Eine Frauenstimme Vielleicht ist es Rochelle Nee Zu leise Na, 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 na Jetzt singt sie sogar Moment mal Ähm Hat das Level nicht sogar hier unten angefangen? Im Keller, wo ich eine Mine platziert habe? Kann gut sein Und bei dir summt und singt irgendwer Ja, kann es ja kommen Oh, better reload Weißt du? Ich weiß nicht, wenn es von rechts käme Ich weiß nicht, können Händel summen Weiß ich nicht Musst du das Haus hier neben uns sein, oder? Aber du hörst es, ne? Ja Ich hör es Ja, du hörst auch, wenn du näher rangehst, klopfen und so Jetzt willst du irgendwie Irgendwo zurecht machen Da kommst du nicht rein Das Ist wieder sowas Interessantes Du denkst, du kriegst da ein Sieg mit Ja, vor allem hast du es ja sonst nicht Was war das jetzt? Eine heilige Handgranate Achso Die Hand ist zu 100% hier irgendwo Gebe ich dir Brief und Siegel drauf Irgendwo, wo du vom Dach holen kannst, oder so Oder vielleicht sinkt ja sogar die Hand Ist Sehr merkwürdig Aber die muss ja hier sein Ja, geh ich von aus Aber die ist natürlich jetzt hier bei dem Nebel Also ich geh von Dächern oder Schornsteinen, Kamin Ach, da oben ist der Ficker im Turm, genau Oh vielleicht krieg ich ja sogar was wenn ich alle vögel um den abschließt die ganze wetterhähne oder was die fliege hier fliegen oben auf diesen um diesen einturm fliegende vögel rum so das waren jetzt alle natürlich nichts für außer erweitert und geziefer kehl keine ahnung alter null plan wo die sein sollen das würde ich nicht mal verneinen und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, egal Das ist ein Witz, oder? Was denn? Ich dachte mir, scheiß drauf, ich guck mal kurz, wo die Dinger sind Das ist das Upgrade-Kit? Ja Ich habe einfach mal geguckt, wo der Scheiß ist Also, ich habe gerade wegen der Hand geguckt und ich stehe die ganze Zeit direkt neben der Hand Die läuft die ganze Zeit neben mir über den Zaun Oh Linder, super Hast du das Upgrade-Kit gefunden? Ja, komm einfach her, ich bleib da stehen Ist wahrscheinlich auch schon zwölf Mal vorbeigelaufen, oder? Ne, 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 wir waren einfach nicht intelligent genug, die Straße noch runterzulaufen, wo der nächste Safe-Raum ist Also, wir haben alles gemacht, außer hierhin zu laufen Also, quasi die Straße, wo der Panzer herkam, ursprünglich mal Ja, genau Okay Ach, da sind noch Häuser Ja Habe ich auch verstrahlt, äh, verstrahlt, verpeilt Dann haben wir wesens alles Oder fehlt noch irgendwas, ne, ne? Ne, jetzt haben wir alles Gut Kann ich mir jetzt hier Cola aufkippen und Ne, warte mal, du brauchst bestimmt ein bisschen länger im Safe-Raum Man weiß es nicht Oh nein, da steht schon wieder wer drin Alter, das waren ein paar Punkte Das waren mal ein paar Punkte Hätte ich auch genommen Oh, das ist auf jeden Fall Stufe 25 Ich weiß, du kannst noch ein neues Perk mitnehmen Jopp Exaktament, äh Du musst bist schnell Kommande haben nur eine Bombing-Runde auf der Hell-Tower Und du willst nicht näher sein Eine Bombing-Runde? Verdammt Wie sollen wir uns mit Schweiger kontaktieren, wenn die Hell-Tower wurde bombt? Hä? Träger? Es geht nicht Es geht nicht Steht sich So, dann werde ich mal, bevor wir jetzt Achso, ich dachte, das wäre schon wieder du Dann werde ich jetzt Nachdem ich mir gewaschen habe Wir wollen ja nicht so unordentlich und schlampig rumlaufen Wie du Werde ich mir Jetzt mal die Aufnahmen unterbrechen Werde ich an der Packstation An der Dingsstation hier bin Dann habe ich mir das Wechseln Bei einer Packstation Genau Ich hoffe Vielen Dank.